Wirst du Millionär? 1 Euro Frage Was ist die Hauptstadt von Ungarn? A. Bukarest B. Budapest C. Zakreb Oder D. Prag B. Budapest, bitte Ist richtig Für 100 Euro Welchen Sport führte Michael Phelps aus? A. Golf B. Schwimmen C. Eishockey Oder D. Tennis Es ist C. Schwimmen Es war B. Es ist 1.000 Euro Frage Wo wurde der moderne Fußball erfunden? A. Italien B. Brasilien C. England Oder D. Deutschland Boah, ich glaube es war C. England Ist richtig Für 10.000 Euro Mit welchen Tieren sind Dinosaurier am engsten verwandt? A. Affen B. Vögel C. Eidechs Oder D. Alligatoren D. Ich glaube B. Vögel Ist richtig Oh shit 100.000 Euro Frage Welche Gürtelfarbe kannst du im Karate nicht bekommen? A. Schwarz B. Grün C. Rot Oder D. Weiß B. Grün Ist falsch Aber für eine Million wäre die Frage Wie hoch ist der Eiffelturm? A. 150 Meter B. 420 Meter C. 300 Meter Oder D. 225 Meter A. 150 Meter Es wären 300 Meter S ORD